Auch so sieht Duisburg aus. Die Sechs-Seen-Platte im Süden der Stadt entstanden durch Kiesabbau Anfang des letzten Jahrhunderts für einen großen Rangierbahnhof nebenan. Die Seen beim Stadtteil Wedau, heute für die Duisburger ein beliebtes Ausflugsziel. Das Bahngelände dagegen seit Jahrzehnten eine Brache. Direkt nebenan in der Straße am See treffe ich Christel Kulanowski, eine waschechte Wedauerin. Ich bin gezeugt, geboren, aufgewachsen. Meine Kinder fühlen mich auch sehr wohl. Wir haben eine schöne Hausgemeinschaft. Direkt gegenüber dem Grünen, was ja leider nicht mehr lange sein wird. Das ist das Schlimme. Denn auf dem fast 100 Hektar großen Bahngelände baut Duisburgs Wohnungsbaugesellschaft. 3000 Wohnungen, ein komplett neues Stadtviertel. Geschäftsführer Bernd Wortmeyer zeigt mir die riesige Baustelle. Das ist eine der Keimzellen für die weitere Entwicklung Duisburg. Duisburg war immer ein weißer Fleck auf der Landkarte von Wohnungsbauinvestoren. Nicht zuletzt wegen des Images, aber auch weil solche Flächen nie angegangen worden sind. Wir wollen ein Wohnquartier schaffen, was über sehr hohen Freizeitwert verfügen wird. Und zu einem hohen Freizeitwert gehört natürlich auch die Anbindung an einen See, insbesondere wo er ja da ist. Der Masurensee liegt direkt neben der Baustelle. Die Anwohner kritisieren, dass das Ufer auch bebaut werden soll. Selbst die Kleingärten sollen weg. Nur 30 Meter sollen zwischen den Häusern und dem See sein. Dafür werden auch die 120 Jahre alten Bäume abgeholzt. Stattdessen ist eine betonierte Promenade geplant. Schrecklich, findet das Frau Kulanowski, sagt sie Geschäftsführer Wortmeyer bei einem Treffen. So viele Häuser dazwischen und das ganze Grün kommt weg. Da bleibt dann nicht mehr viel von der Gartenstadt über. Wenn man schon so ein Quartier entwickelt, und wir wollen hier natürlich hochwertiges Wohnen entwickeln, dann brauchen wir auch, glaube ich, einen Uferpark, der die Nutzung zulässt, aber ein bisschen besser sortiert und ein bisschen besser einschränkt. Denn viele Besucher am See halten sich nicht an die Regeln. So wie am Wochenende vor unserem Dreh. Lassen Müll liegen, schütten Asche auf die kaum noch vorhandene Wiese. Die Wehdauer finden diese Art der Entspannung störend. Doch die Stadt habe sich jahrelang nicht um die Probleme gekümmert, erzählen sie mir. Dann handelt sie doch wegen der Corona-Maßnahmen. Die Grillwiese ist jetzt per Bauzaun gesperrt. Aber mit dem neuen Bauprojekt würde die Stadt auch Menschen wie Gabi Schlüter vertreiben. Seit 25 Jahren kommt sie her, erzählt sie. In diesem Sommer jeden Tag, denn in ihrer Wohnung in der Duisburger Stadtmitte ist es einfach zu heiß. Ich bedauere sehr, dass so eine Oase zerstört wird für Baikirallplatten und eine Uferpromenade, dass man hier langtifilieren kann. Und diese Ersatzbäume finde ich einen hohen gegen diesen schönen alten Baumbestand. Dass man den so wegkloppt, da steht mir Tränen in den Augen. Am aufgestellten Sperrzaun treffe ich die Bürgerinitiative Rettet die Sechs-Seen-Platte, die sich für die Erhaltung des Parks einsetzt. Wir haben jetzt den dritten Hitzesommer nacheinander. Die Menschen, die brauchen also diese Flächen dringend, um sich an heißen Sommertagen zu erfrischen und hier ihre Freizeit zu verbringen. Und das muss man stadtplanerisch eben aufgreifen und darf nicht nur darauf setzen, dass man also mit 3.000 neuen Wohneinheiten sehr viel Geld in die Stadtkasse spülen kann. Insgesamt fehlt ihnen eine umfassende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Sie haben Angst, dass die Wohnungen am Wasser zum Anlageobjekt werden, als dass Familien mit Kindern den auch in Duisburg dringend benötigten Wohnraum bekommen. Am See verhandelt derzeit jeder für sich allein, wie es weitergeht. Roger Tyson und seine Frau betreiben hier seit fünf Jahren eine Stand-up-Paddling-Station. An diesem Tag haben sie den Brief der Stadt bekommen, dass sie weg müssen, erzählt er mir. Wir haben hier quasi aus, naja, aus wenig sehr viel gemacht. Wir sind, ja, ziemlich traurig. Ende nächsten Jahres ist für sie Schluss. Dabei hat er immer wieder dafür gekämpft, bleiben zu können. Ja, ich glaube, es hat irgendein Architekt mal einen Plan gemacht, hat gerade Linien gezogen. Und dann ist dieser Plan natürlich auch durch den Rad der Stadt gegangen. Und es ist immer schwer, wenn es schon so weit ist, sozusagen hier noch kleine Veränderungen vorzunehmen. Es ist schade, wenn man einfach diesen Ort wegnimmt. Weil er könnte auch genau so bleiben. Ich glaube auch, dass es möglich ist, diesen Ort hier in diese Uferpromenade zu integrieren, wenn man das wirklich will. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass das Ufer des Masurensees nach der Verwandlung schöner werden könnte, wenn man diese Idylle hier vor Augen hat. 2023 sollen die ersten Häuser entstehen. unquote. Euroopahier Pro sparante ables los lägen Ende Vielen Dank.